Wo bin ich her? Ist das ein Hotel? Neu. Halt, was heim. Wollt du mal, ich gehe. Wie bitte? Okay. Was soll ich mit falschen Zählen? Jesus! Das war ein Mord, da bin ich sicher. Tut mir leid, ich nehme niemanden mehr auf. Auch nicht vorübergehend. Ich will uns naus, Eckler. Da kommt ja dieser fürchterliche Kuchen wieder hoch. Der klapp ich gleich in den Arsch. Wir sind in der Mäuterei. So einfach wirscht uns nicht los. Du willst die Chefin abmurzen? Kann ich mehr. Das wird super, du wirst sehr. Kuss doch mal! Habe Kanake gefunden im Büro. Das ist ein Afrikaner. Ja, ja, Afrikaner, Zigeuner, Kanake ist doch das Gleiche.